Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 von Towns, die zweite Staffel. Ja, letztes Mal habe ich gesagt, dass wir Eisen suchen wollen. Der Michael hat geschrieben, dass wir einen Friedhof machen müssen. Und den, meinte er, machen wir am besten im Erdgeschoss. Erste... Ne, im Untergeschoss, nicht Erdgeschoss. Im Untergeschoss, und zwar hier oben rechts irgendwie so. Okay, da müssten wir hier ein bisschen ausräumen noch, ne? Und der Zugang soll von oben sein. Das würde bedeuten, wir buddeln hier frei, sozusagen, machen hier nachher zu und den Aufgang von nach oben. Jetzt müssen wir nur gucken, wie hier oben die Landschaft ist. Ja, das wird sogar gut gehen, ne? Dann würde ich ja hier mal gucken, dass wir meine Leather machen. Gucken, was daraus wird dann. Das ist Dingens, sag schon, so wegzuräumen. Und ja, man könnte dann hier einfach anfangen, was auszubauen. Machen wir das erstmal weg. Und, na super, hat wieder geklappt. Das war nicht die Shift-Taste, das war die Steuerungstaste. Deswegen hat er sich das nicht gemerkt, ne? Und das schon mal weg. Da auch weg. Und, ja, das machen wir auch noch weg. Pech haben ist da noch einer drunter, hinter. Und da weg. Und dann ist das schon erstmal gut, oder? Achso, wir sollten vielleicht mal beschleunigen. Gab's hier? Achso, da gab's einen Angriff hier irgendwo. Oder ist der schon alt? Kann auch sein, dass er schon alt ist, ne? Ich glaub, das waren so ein paar Spinnen beim letzten Mal, ne? Ja, denk ich mal schon. So, alle gehen runter. Alle machen jetzt erstmal den Keller fertig. 43, auch nicht schlecht, ne? Gucken wir mal grad hoch, ja. Hier geht's ja auch voran in dem Sinne, ne? Holz arbeiten. Ist auch noch Holz da. Da kommt auch noch einer und macht grad wieder was. Ist ja auch gut, ne? Wo setzt der denn hin? Da, okay. Auf den Schrank kann bald keiner mehr hochsteigen. Das bringt dann nix. Der zweite kommt auch. Und wo kommt das Stückchen hin? Okay, da neben die Tür. Das bedeutet eigentlich, dass wir da auch schon einen Sturz machen können. Da war das, da war das. Und da ist das. Und da ist es ja auch fertig. Dann geht das da auch, oder? Baut mal irgendwie keiner so richtig, ne? Ah, hier, warte, da können wir auch noch einen drauf machen. Dann würde das schon klappen. Und da fehlt's auch noch an einem. Den können wir dann auch basteln. Genauso wie diese beiden hier eigentlich. Und wenn wir schon... Ne, der geht dann runter, dann lassen wir das mal erst. Da hin. Und da auch hin. So, dann kriegen wir die Reihe zu. Machen wir mal so. Komm, ziehen wir jetzt mal gerade durch. Und da um die Ecke mache ich den auch noch hin. Dann sollte einiges gehen. Die kommen von ihrer Tour schon wieder zurück. Oder wie sehe ich das? Gehen wir mal gerade runter. Aber... Oh ne, da sind nicht auf dieser Tour gewesen, sozusagen. Aber es ist jetzt hier einiges entdeckt. Hier unten ist noch ein Durchgang. Vielleicht sollten wir es hier dann zumachen, ne? Wir können ja hier auch eine Tür hinbauen und den Zugang zumachen. Und eine Tür machen, die wir abschließen. Geht ja auch. Erstmal hier hin. Dann sollen wir diese nehmen. Sieht dann ein bisschen schicker aus beim Freedorf, oder? Machen wir mal so. Und dazwischen kommt dann später eine Tür. So, da kommt einer und baut da hinten noch ab. Ach so, die Treppe hat schon geklappt, sehe ich gerade. Jetzt müssen wir nur die Stelle finden, wo es nach oben muss, ne? Goes both way, he? Ah, ich wüsste aber gerne, wo. Hm, schwierig. Äh... Wie kriege ich das jetzt hin? Dass ich weiß, dass es die richtige Stelle ist. Ist es hier? Oder ist es da? Mach da mal mein hin. Gehen wir einen runter. Komm, machen wir da mein und da meine Ladder. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Kommt auch wer. Läuft aber vorbei, macht was anderes. Wenn wir Pech haben, passt es am Ende nicht, ne? Wir werden es sehen. Vielleicht sollten wir diesen aufgeben mit... ...das aushöhlen, weil da steht ja eigentlich die Leiter drauf, ne? Geht das überhaupt wegzumachen? Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Gut, probieren, ob das was bringt. Gut. Irgendwie steht es gerade? Nein. Da gucken wir mal, wie wir das alles so hinkriegen. Hier sieht das alles gut aus. Kerzen könnt ihr natürlich auch noch bauen, machen sie aber nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Achso, um Eisen wollten wir uns noch kümmern, Mann. Das ist ja eigentlich hier. Mein Schaft. Oh, guck mal, da kommt schon dieser schicke Stein. Nichts Torch, Wood, Wood und Iron. Okay, dann müssen wir zwei Fackeln haben. Die gingen hier, ne? Ich glaube hier. Aber dafür brauchen wir Kohle, die wir da wahrscheinlich nicht haben. Können wir aber hier sehen, ne? Ja, Kohle haben wir nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo Kohle herkriegen. Ist hier irgendwo was zu sehen? Nein. Gehen wir einen höher, ob wir da schon was haben? Nein, keine Resultate hier. Wenn ich das jetzt mir so angucke, dann müsste es aber passend sein mit der Leiter, oder? Nur die Frage, wo wir da runterkommen. Nochmal tiefer. Wo ist aber hier das Gravel? Das ist ja unser Feuerstein. Ich sehe jetzt natürlich keine Kohle, ja? Da ist auch Gravel. Und hier geht's nicht weiter. Das ist schlecht. Die Steine sind schon weiter da. Das ist schön. Tja. Frosch im Hals. Wir brauchen Kohle. Ist auf der obererde Erde da irgendwie Kohle? Da kann ich nichts sehen mit Kohle. Da auch nicht. Hier am Berg was? Nein. Da auch nicht. Hier sind nur Steine. Und da auch nichts. So, da ist auch nichts. Gehen wir mal hier lang. Keine Kohle. Sieht nicht danach aus. Hier finden wir was zu essen. Da haben wir abgeräumt. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Da ist nur Feuerstein. Gucken wir mal hier lang. Sehe ich auch nicht so wirklich Kohle. Da ist wieder Feuerstein. Hier ist auch nichts. Auch nicht. Ja, Kohle ist Mangelware. Hier auch nicht. Ne, ich sehe jetzt keine Kohle hier. Das ist doof. Gut, das heißt, wir müssen unbedingt tiefer gucken, dass wir Kohle finden. Hier haben wir einen Eingang nach unten. Der war hier. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier dann den weiteren Abgang nach unten, oder? Gucken, wie sich das ergibt. Hier mit hart gearbeitet. Ist da was passiert nach oben? Nein. Hier ist nix irgendwie. Ich habe welche, die ganz langsam laufen, weil sie wahrscheinlich Hunger haben. Ja, da geht es voran im Endeffekt mit dem. Gut, dann würde ich mal sagen... Setzen wir doch mal einen hier hin, oder? Gucken wir mal. Die laufen da alle schön lang. Ist der eine schon ausgehoben? Nein. Oh Gott, der ist so langsam, der hat so Hunger. Fraglich, ob der es noch überlebt, ne? Da tut sich nichts, leider. Vielleicht müssen wir von oben nach unten arbeiten. Das könnte auch sein, ne? Warten wir es ab. Ah, da läuft immer einer und macht einen Stein weg. Und dann geht er wieder hoch. Das geht natürlich gar nicht, ne? Okay. Ich denke, da ist immer noch nichts passiert. Nein, vielleicht geht das auch gar nicht. Kann auch sein. Müssen wir mal gucken. Okay. Happiness ist bestimmt unten beim Steine klopfen. Oh, geht sogar noch. Hätte ich schlimmer mitgerechnet. Tja. Dann machen wir eine Stufe schneller, ne? Da kommen wieder welche. Die laufen aber woanders hin. Da hinten ist schon alles weg. Jetzt geht es da oben los. Ja. 34. Gut, gehen wir mal umgucken. Wie sieht es denn mit unserem Gebäude hier aus? Da fehlt es noch überall ein bisschen. Über den Türen vor allem. Holz will keiner klopfen. Tja. Wie sieht es mit Essen aus? Wahrscheinlich ganz schlecht. Vier Brote doch. Ist was zu essen da. Aber nur Brote. Das ist schlecht. Dann muss man denen doch mal ein bisschen was Nachhafteres geben, oder? Ja, freuen die sich doch, wenn die Äpfel essen können. Schon laufen sie los. Gut, das läuft. Da oben war ja auch noch eine Plantage in dem Sinne. Na. Gut. Das klappt. Ach, wir haben nur zwei Zimmer für die Hellen. Deswegen sind das wahrscheinlich auch nur zwei. Vielleicht könnte man sogar schon einen dritten haben, wenn man hier... Das ist vier mal vier, ne? Komm, wir machen noch einen Raum mehr. Vielleicht kriegen wir dann auch noch einen Helden mehr, ne? Wo ist denn dieser Personal-Tavernenraum? So. Und... Da zurück. Davor, dahin, dahin, dahin. So. Geht schon wieder, oder? Die Kerze ist im Weg. Die sind so gegenüber den Türen. Gut, haben wir erstmal. Nochmal gucken. Ist hier was passiert in irgendeiner Form? Nein, noch nicht. Da auch noch nicht. Schade. Okay, da muss auch noch abgebaut werden. Ist auch noch nicht gemacht. Oh, wir haben eine Pause. Das heißt, es muss irgendwo ein Angriff laufen, oder sowas. Da sind sie. Ein paar Spinnen. Okay, da können wir mit leben. Weiter geht's. Gut, okay. Aber ich sag mal, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss.